Ein Flur von Blut verfallen, ein magisches Meer, erzählt die Wahrheit. Das heißt, ab hier haben wir tatsächlich Rätsel, die ich lösen darf, die ich noch nicht kenne. Deswegen schauen wir doch mal. Ich kenne mich jetzt hier auch nicht aus, was die Architektur angeht. Aus der letzten Map kam ich bei GZ Doom bei meinem ersten Playthrough nicht durch. Da ging das Skript am Ende nicht und man konnte das Level nicht verlassen. Das Exit hat nicht funktioniert. You surrender one drop of blood to darkness. Korai is pleased with your offering and gives you the burden of plight. Huh? No gut. You drop one tear for terror. Malus grants your offering and hands you the torment of grief. Das ist tatsächlich sehr schnell verschwunden, der Text. Ich hoffe, ich habe mich nicht zu sehr verhastelt. Aber ja, ich nehme mal schwer an, wir werden diese ganzen Statuen aufsuchen müssen und dann entsprechend irgendwo hingehen müssen. Das nehme ich mal schwer an, wo wir das Ganze dann benutzen können. Aber ja, das gucken wir erstmal hier lang. Und kriegen erstmal ein Gefühl für den Ort. Aber ich muss sagen, es sieht auf jeden Fall sehr schick aus hier alles. Ich bin schon gespannt, wie das dann mit Gegnern sein wird. Oha. Haben wir hier ein Rätsel? Light. Ah, okay. Interessant. Grief. Aha. Nice. Nice, nice. Das war doch angenehm einfach. Oder nicht? Würde ich mal an der Stelle sagen. Ich glaube mehr als hier, äh, das gibt es hier auf der Seite auch nicht. Also gehen wir mal in diesen Mittelbereich und schauen mal, wie es hier weitergeht. Auch mal generell hier ein bisschen gucken. Was ich jetzt nicht weiß, ist natürlich, wo hier die Secrets sind. Das heißt, die muss ich theoretisch... Theoretisch muss ich da auf jeden Fall auch gucken. Und immer schön viel speichern, weil ich auch generell nicht weiß, wie lange diese Levels gehen werden. Könnte sein, dass die sehr kurz sind. Jetzt mit diesem Mist-Modus. So. Üppiger Bereich, I guess. Das hier sieht schon alles sehr imposant aus. Gucken wir uns erstmal hier um und schauen, was hier so schönes ist. Oh, ne Migas 4. Das ist nett. Sag ich nicht nein zu. Nicht, dass wir hier allzu viele Gefahren gerade haben. Aber man weiß nie, wann ein Gegner reingeskriptet wird. Okay, hier ist die Performance auf jeden Fall gerade richtig unterirdisch. Richtig brutal schlecht. Ei, 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 ei. Können wir nur hoffen, dass das sich gleich wieder ein bisschen legt, ja. Hier scheint es besser zu gehen. Hier scheint es etwas besser zu gehen. Es ist nicht perfekt oder so. Ich meine, es ist sowieso nicht. Aber gut, so hier geht es gerade voll klar. Ist das Wasser? Ne. Was haben wir denn hier in der Mitte? Irgendwas Leuchtendes? Bringt es mir was? Ne. Okay. Dann geht es weiter für mich. Sieht schon sehr cool aus hier. Sieht schon echt sehr, sehr cool aus. Nehme ich mal schwer an. Sollen wir hier reingehen? The Gatekeeper of Colima won't let you pass. Ach du Scheiße. Okay, warte mal. Aber wie soll ich? You have to defeat the Gatekeeper first. Ja, aber wie denn? Wie soll ich das denn machen? Ich habe keine Waffen. Also, soll ich, soll ich die, äh, Revenance, Revenance, sag ich, soll ich die Archviles auf den? Oh Gott, ich sehe nichts. Jetzt. Mauer. Möglicherweise äh, wird der Skill, ähm... Der Skill wird... Mauer. modifiziert von den Skripts. Also wir spielen nicht auf Ultraviolence oder so. Bei Myst ist nicht Ultraviolence. So. Ich glaube, das ist gut. Sie sind alle auf den Cyberdemon. Ich glaube, das ist auch genau, was ich machen soll. Deswegen sind wahrscheinlich die Arch-Wire-Star. Jetzt sollte ich am besten einfach nur warten. Einfach warten, bis der stirbt. Das kann ja nicht allzu lange dauern, wenn drei Arch-Wire-Star permanent auf ihn draufgehen, oder? Kann ja nicht allzu lange dauern. Naja, viel bleibt mir nicht übrig, ich kann mir das Spektakel nicht wirklich anschauen, weil wenn ich da jetzt bin, dann ist das Problem, dass der Cyber-Demon schießen wird und unweigerlich vermutlich dann die Arch-Files treffen und töten wird. Und das bringt mir nicht so viel. Weil wenn, ich hab 50 Bullets, 50, ich hab nicht mal meine BFG, das heißt, beim Mist wird man wohl immer zurückgesetzt auf Pistolenstart, weil man hier halt eben keine Waffen braucht. Ja, ich kann hin und wieder mal gucken, ob die noch schön am, äh, ne, ich sag mal Feuern sind, wortwörtlich. Sieht schon sehr danach aus. Oh, warte, der ist jetzt nur noch alleine. Oh, fuck. Aber der bewegt sich nicht mehr. Naja. Der ist irgendwie stuck. Die anderen beiden hat er wohl irgendwie gekillt. Oh, never mind, der schießt doch noch. Dann bleiben wir einfach mal ein bisschen weg hier. Ah, ich wünschte, ich könnte mir das trotzdem irgendwie anschauen. Wie der... Oh, shit. Das ist halt leider nervig, dass es die einzige Möglichkeit ist. Vor allem weiß ich gar nicht. Also, wie viel Schaden machen Archweils denn mit ihren Flammenattacken einem Cyberdemon? Also, er hat auf jeden Fall Schmerzensgeräusch gemacht. Heißt, er kriegt schon Schaden. Aber... Ist es allzu viel? Weil ich glaube, sehr viel von den Flammen ist auch Splash-Damage. Wogegen ein Cyberdemon, ja, ne, Boss-Monster sind dagegen immun. Macht ein Archweil dann einem Cyberdemon viel Schaden, ist die Frage. Jedenfalls, ja. Hier bleibt echt nicht viel anderes übrig, als hier zu warten, bis der irgendwann verreckt. Der Archweil hat sich selber gekillt durch seinen eigenen Splash-Damage. Really? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ähm... Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Also, ich könnte auf jeden Fall versuchen... Ich muss auf jeden Fall erstmal Infos kriegen. Infos darüber. Kriegt so einen Cyberdemon überhaupt Damage? Von, äh... Von einem Archweil. So, hat der vielleicht schon genügend, äh... Die Schmerzensgeräusche könnten halt auch vom Archweil gekommen sein, ne? So, die können sich halt leider mit ihrem eigenen Splash-Damage... ...killen. Ich frage mich, ob, äh... Archweils deswegen gegen Infighting immun sind. Ob das irgendwie damit was zu tun hat, dadurch, dass sie sich mit ihrem... ...damit selber erwischen können. Dass man gedacht hat, ja, es wäre komplett albern, wenn die sich selber verbrennen würden. Ähm... Also macht man sie einfach... Ne? Macht man einfach, dass gegen sie niemand infightet. Ja, wie mache ich denn das jetzt? Jetzt muss ich erstmal... Ja, ich würde einfach mal an der Stelle, ähm... An der Stelle kurz abbrechen. Gucken, wie kriegt man denn einen Cyberdemon? Äh, wie steht das mit Cyberdemons und Archweils? Und dann gucke ich mal... Ob man das... ...irgendwie macht. Vielleicht muss ich das Level auch nochmal neu starten und gucken, dass alle drei nochmal auf ihn feuern. Aber ich glaube, die haben sich auch selber durch ihren Splash-Damage getötet. Das war nicht immer ein umdingter Cyberdemon. Naja. Auf jeden Fall sieht man sich gleich wieder. So. Wir... ...müssen das Ganze nochmal neu machen. Also ich hab nochmal geladen quasi. Es gibt keine Waffe, ähm... ...auf diesem Schwierigkeitsgrad hier in diesem Level für mich. Die einzige Möglichkeit, die mir wirklich bleibt, ist zu hoffen, dass der Cyberdemon durch die Archweils stirbt. Der Cyberdemon durchschnittliche D minute. Wir sehen uns mal. Was sind die D-D��kir CV-F-A-B-Räuber? Der急. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020